Agent Gaylor? Ich bin entsetzt. Es ist wirklich eine Schande. Wer hätte gedacht, dass einer von der Rettungseinheit mal ein Verbrecher werden würde? Ein Verbrecher? Ich hab nichts gemacht. Ich hab die ganze Zeit nur geschlafen. Ich hab ja auch nicht dich beschuldigt. Im Jahre 1667 wurde ein Seefahrer in einem britischen Hafen ermordet. Der Mörder war ein Agent der Zeitpatrouille. Was? Jemand von der Zeitpatrouille hat einen Mord begangen? Wie konnten Sie zulassen, dass so einer bei uns arbeitet? Dieser Mann ist vorher nie auffällig geworden. Und selbstverständlich wurde er vor seiner Einstellung bei uns gründlich überprüft. Er war ein Agent mit einem außerordentlichen Bewusstsein für Gerechtigkeit. Und eine liebe Seele. Du bekommst... Du bekommst...